So, wir hauen jetzt ab. Tschüss! Oder Moment, nein! Ich hätte mir noch vorher Eve kaufen sollen. Ich weiß. Und ich bin bereit. Sind Sie sicher? Ich habe mich hierher geholfen, um einen Grund zu verabschieden. Nicht wahr? Und wer genau zu sprechen, Frau Comsock? Wenn ich weniger mit den Besitzungen des Geniems verabschiedet wäre, würde ich mich fragen. Das ist ein ungünstiger Moment, aber ich würde mich gerade gleichzeitig darauf vorbereiten, was jetzt als nächstes passieren könnte. Nee, das ist eigentlich schon gut belegt. So, jetzt. Aber ich habe gedacht, je mehr, was ich gelernt habe, je mehr exzeptionärer werde ich dich finden. Du wirst wissen, Atlus wird dich betrachten. Und was bist du, mein bester Freund? Du bist einer der Kind in diesem Welt, oder anderen. Und jetzt, dein misgestütteres Gefühl von Altruismus sendet dich zu deinem Geheimdienst. Es ist wie, als ob du Isaac Newton in einem Hausbeirr sterben wirst. So, so, Fontaines Büro. Und Atlas wird uns dafür sorgen, dass wir den Privatlift benutzen können. Ich hab's gemerkt. Da, da, da. Alle die Laufbeerungskolle kommen in diese Runde und sie treffen, sie treffen dort. Jetzt müssen wir die Partikel in dieser Junktion aktivieren und die ganze Struktur werden. Da sind die Karten draußen, die blinken. Oh man, das wird sowas von nicht gut gehen. Es gibt keinen Plan B. Vielleicht sollte man es einfach überlegen. Oh, hier geht nichts. Tja, wenn es natürlich jetzt trotzdem fehlsteckt, sind wir ja weg. Es funktioniert. Atlas, fühlst du das? Du hast deinen Privatlift. Jetzt bringe mir die Mädchen. Bringen sie mir das Mädchen, tilgen sie die Schuld, sozusagen. Oh, großartig. Hast du deine Mutter schon gesagt, dass du nicht dein Geist in eine verrückte, falsche Menschen? Nur gib mir die Mädchen. Sie bedeutet nichts zu dir. Du hast das, Royce. Die Mädchen bedeutet nichts. Für dich, Loft, du meinst die Welt. Keine Chance für die Lärmung. Sie ist gut verabschiedet. So, es ist begonnen. Der Cashmere ist überall auf der Hölle. Wenn Ryan nicht wusste, dass wir vorher wieder zurück waren, bin ich sicher, dass er jetzt die Message hat. Was willst du mit dieser Lärmung? Wenn jemand die Lärmung auf dem Eis hat, ist es sie. Find out, was sie weiß. Ich glaub, wir haben einen Sack überm Kopf. Sie hat nichts tun zu uns. Mit einem Halo und einem Set von Wings. Ich habe angefangen, als der Chlorophon wegzunehmen. Du siehst nicht, wie sie zu schwer ist. Nein. Ich habe so eine sehr miese Ahnung, wo wir enden werden. Wo ist der Eis in der Hölle? Was? Wo ist der Eis in der Hölle? Ich habe nichts zu erzählen. Ich habe nichts zu erzählen. Ich habe nichts zu erzählen. und die Menschen, die es machen. Ich glaube, hinterher spricht gerade ein bisschen was zusammen. Der gesamte Atlus kommt durch die weiße Flagge. Zwei Wochen. Was? Du hast zwei Wochen gedreht, Liebe. Beide Doktoren. Besser als ein Millionen Mönkeen. Unser Ziel war es, dich aus der Person zu holen. Was erwartet ihr, dass ich deine Krieg auch für dich gewinnen? Ich würde deine eigene Knappeln, wenn ich dich wäre. Jetzt, Lieber. Beide du, dass du die Labassistin und alles warst, warum nicht erzähl mir, wo ich die Knappel ging? Ich weiß nicht. Wie ich gesagt habe, ich bin kein Doktor. Aber das bedeutet nicht, dass ich das Feld nicht faszinierend finde. Ich stehe auf alle medische Journalen und so. Ich hoffe, du hast jemanden, die dir mit all den großen Worten zu helfen. Weißt du, welcher Teil des Gehirns der Freude kommt? Stubbornheit? Die prefrontale Lone. Jetzt, ich denke, es ist fair zu sagen, du bist ein bisschen stubborner, oder? Ein Mann namens Steinmann hat mir das erzählt. Er ist ein bisschen ein Lunatiker, aber ein fein Surgeon. Er nennt diesen kleinen Trick eine trans-orbital-Lobotomie. Geh an sie, Lads. Du wirst deine Zeit verbrauchen. Jetzt, wenn du noch nicht bleibst, kann ich mich nicht zuständig für das, was nächstes kommt. Alter, wie eklig wird denn das Spiel, bitte? Hier geht's. Du fühlst das? Ich bewege den Kopf, die aufhörst du den Augenblick, trotzdem jetzt, und es auf deinem Skull resten. Es ist ein bisschen über ein Quartier von einem Inch, zwischen dem Kopf und deinem prefrontal Lone. Und das ist, wo das kleine Junge kommt. Ich weiß nicht. Es war nur ein Weetap. Aber ich weiß nicht, dass es mehr als ein paar von denen dauert, um die Miet zu erreichen. Und dann, wir vielleicht finden, ein bisschen weniger die Mühle. Wo ist Mies in der Haube? Ich weiß nicht. Du weißt, was anderes rests in der Lone? Haube? Creativity? Individuality? Personality? In short, was makes you, YOU? I'm just about through now. Last chance, Pat. Where is the ace in the hole? Or what? Why do you put a hole in my head and take away my memories? You want to make me forget all this? You want to make me not care anymore? Go ahead. You'll be doing me a favor. Ah! Bring her the monster! Alter, wie eklig war denn die Szene, bitte! Can't miss gripping the only part of you that's worth the damn. Well, there's more than one way to fry an egg. Now, little one. Are you familiar with the term transorbital lobotomy? Please, let her go. It's a simple matter. All I need to do is insert this pig into your eyes. Please, please, I don't know anything. And give you a few taps with me hammer. I don't know anything! I don't know anything! To show by example! Please! Please, don't! I don't know anything! I don't know! Please! Was für eine abgefuckte show. It's okay. It's okay. Listen, it's okay. I can't tell him what I don't know. Where are we? You saw all the doors. And what's behind all the doors. The ace in the hole. It's here. Yes. But I don't... I don't remember this place. You've never been here. Then how would I... The memories you lost. They weren't just of the past. You saw behind all the doors. Even the ones into the future. This is where I'm going. If you want. I... I don't like it here. It's a bad place. He's never gonna let me go, is he? Even if I bring him the ace. Then why am I here? How if I was so smart? If I saw so much, why just send myself to the slaughter? For Sally. No. One day he will just rip her open and tear out her Adam. All of this for nothing. Why did I do it? Why? You have to decide. Decide what? To take a leap of faith. I can't tell you what you were thinking because you don't remember. But you chose to come. There. In that room. The ace. I don't know what to do, Booker. Booker? Booker! Please! Please just don't leave me here! Booker! Was Sally nicht das Mädchen in Bioshock 2? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Su Chong's Klinik! Es ist da Su Chong's Klinik. Das ist jetzt ein bisschen konvenient. Ryan hat jeden Turret in dem Platz mit mir und meinem genetischen Code. Wir werden zu schrauben, bevor wir zehn feet hatten. Das ist richtig. Deshalb werde ich es für dich machen. Bist du okay mit dem? Gib mir die Ace. Ich werde das Brat in eine Silke-Ribbon verwenden. Bagger und bringe sie in meine Bathysphäre. Ich verstehe das Ganze trotzdem noch nicht wirklich. Warum macht sie das jetzt? Einer der Läder wird dir zeigen, wie du in die Hand gehst. Wir werden dich warten, wo du rauskommst. Schau jetzt ein Leger. Der Herr hat einen Leger. Du bist sehr merkwürdig, Junge. Deinem. Also, schön... Boah! Mich hat diese Szene eben so richtig fertig gemacht. Bah... Zuschauungsgehen, freie Klinik. Audio Tagebuch? Na, ich weiß nicht. Wer ist das? Äh, sehe ich das richtig? Und in dieser Welt wurden in Big Dellys die Bohrer abgeschraubt? Hm. Okay. Äh. Wir haben überhaupt keinerlei... ...Plasmide oder Waffen. Und, ähm, ich muss ja sagen, diese Autogeschütze hier wieder zu sehen, ist auch schon mal wieder was Neues. Die gab's, glaube ich, in Bioshock 1 und 2, beiden. Was haben wir hier? Lösung für Prägungsprobleme in der Genetik nicht gefunden. Ach, das ist die Haarprobe, die wir eben jetzt gerade erst besorgt haben. Der arbeitet schnell, muss man ihm lassen. Aber wir haben immer noch nicht gesehen, wieso wir das machen. Ich nehme mal an, dass das jetzt die Entscheidung war, ähm, sozusagen, von denen die Luteces zu Daisy Fitzroy gesprochen haben. Eine unmögliche Entscheidung. Und, ähm, Lady Fitz... Daisy Fitzroys Rolle... ...soll ja angeblich uns dazu bringen, diese nichtmögliche Entscheidung zu treffen. Oh, wie schön das einfach hier ist, diese ganzen Sachen aus Bioshock 1 und 2. Hier eben die Autogeschütze. Hier die Vita-Chamber, das sind also die Respawn-Stationen. Prototyp Stufe... Stufe 1. Und ich höre einen Big Daddy. Vita-Chamber-Projekt Ryan Industries. Eine Kombination von Plasmiden. Äh, rekonstruiert mit einem Feld von Quanten... Keine Ahnung. Aha, das sorgt für extrem supergute, äh, Wiederherstellungs-Energien. Aha. Hm, 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 hm. Interessant. Aber ich will endlich wissen, wie es weitergeht. Oh. Das kommt mir verdammt bekannt vor mit einem röchelnden Big Daddy. Oh, wie süß. Big Daddy bewegen. Wie sind das, Little Sisters? Nee, ich glaube nicht mal. Die sehen eigentlich relativ normal aus sogar. Abgesehen von dieser Spritze, die hatten die ja sowieso immer. Äh, mit denen wurde, glaube ich, in Bioshock 1 sogar der Endboss getötet. Big Daddy bewegen, ich will dem eigentlich eher helfen. All right, let's see here what we could do. Scary. Mr. Monster's mean. Scary. Stay away from him. He's scary. Look, it's... It's okay. He... He can't hurt anyone. Scary. Shh. Shh. Can you move? Can you just move a little bit for me, don't... I don't know how to help you, I don't know, he's just hurt, he just needs somebody to figure out how to fix him. I don't know, maybe there's some... I don't know, is there some documentation for him around here, or something? Okay, look who I'm asking. Enkodiert. Big Daddy will not imprint. If not imprint, what good is he to little sister? She knows like him. He knows like her. Situation is impasse. Unacceptable. Aber wie sollen wir das hinkriegen, wenn sie Angst vor ihm haben? Wir müssen die beiden wohl überzeugen. Aber ob das schon reicht, was wir hier gefunden haben? Ich bin mir da nicht sicher. Wir müssen mal mit den beiden reden. Würde ich mal vermuten. Das scheint aber nicht zu klappen. Okay, wir müssen immer noch irgendwas finden. Dann mal schauen. Vielleicht finden wir ja vorne in der Bücherei irgendwas. Oder renne ich schon in die falsche Richtung? Ja. Hm. Aber wo sollen wir hier noch was finden? Ich weiß jetzt gerade ein bisschen arg, wie viel ich hier gerade durch Klicken rausfinde. Aber ich will jetzt auch nicht das ganze Let's Play jetzt damit verbringen. Hier irgendwie so. Ach, hier hinten, wo ich schon hingeguckt hatte. Ach, da. Gott, es war einfach so hell, dass ich es nicht sehen konnte. Kehre zum Big Daddy zurück. Gehre zum Big Daddy zurück. Die Kleinen geben dem Big Daddy Adam. Und der Big Daddy beschützt die Little Sister. Vor Leuten, die Adam für Plasmide haben wollen. Wie zum Beispiel Warren. Ich muss etwas tun. Den Big Daddy, helf mir. Jetzt bockst du sie zur Seite. Obwohl eigentlich natürlich nicht, weil die Prägung jetzt natürlich eigentlich vonstatten gehen müsste. Aber auf welche der beiden wird ja jetzt eigentlich fixiert, doch eigentlich auf die im Roten, oder? Oder gleich auf beide. Der Lion hat den Zorn in ihren Beinen. Das ist relativ offensichtlich, weil das hier keine Wege sind. Und dort vorne wartet vermutlich... Zuschauer. Ich habe Angst, dass es nochmal so eine eklige Szene wird. Was genau ist das hier? Brief. Suchong. Of all the things I know, I know this. It is in your power to be a different man. What can Ryan take from us, that we have not already sacrificed at the altar of discovery? Den Arm unten runter. They are children, little sisters. And yes, they will forget. But you and I won't. The memories of what we have done fade only with the dimming of all lights. Tenenbaum. Ach ja, Tenenbaum. Send to Ryan. Audio-Tagebuch von Sushan. Alter. Kranker Bastard. Und dem hat Tenenbaum zugetraut, sich zu ändern? Na, ich weiß nicht. Da müssen wir wahrscheinlich gleich rein. Super connotation. If it is real, I know this one or it is, I can see anALL of those things that I could see. I like to want to dare κιningen.